ja meine lieben herzlich willkommen in soma robbie ist immer noch bei uns ja jetzt müssen wir einfach mal gucken wir gehen einfach mal da hinten weiter rum das war ja hier gut die linken verbindung kann mal stehen wofür auch immer die gut ist ah da ist ein robbie böse nicht ich habe hier irgendwas warst du das so jetzt bin ich überlegen waren wir da vorne schon ja das ist der control room da waren wir schon ja dann müssen wir doch hier runter oder nicht es geht ja und es geht ja nichts anderes okay wir haben da jetzt auf jeden fall erstmal was angemacht ich gehe wahrscheinlich hätte ich in eine bestimmte richtung laufen müssen um nach und nach die sachen so weit einzuschalten das kann natürlich sein weil ich bin ja diesen Weg hier eben schon gelaufen meine ich eine produktionsstraße wo ich jetzt gerade langlaufe sieht mir mal schwerer aus ah ok shuttle produziert könnte man sich vorstellen na danke bin ich jetzt hier einmal im kreis gelaufen oder war das hier los hundert prozent so wenn ich nämlich jetzt hier weiter gehe dann moment hier sehe ich jetzt aber keine antenne das ist mit sicherheit dass ich hier im kreis gelaufen bin ja offensichtlich wieso hast du mich nicht gewarnt wieso hast du mir nicht gesagt dass ich hier im kreis laufe ups na wo willst du hin digga ja aber hier ist ansonsten doch da ganz hinten ist noch ein licht nee das war nochmal ein mauscursor wo müssen wir hin digga geht es da noch irgendwie rin da geht es eine leiter hoch geht es nicht geht es doch aber nicht für mich nee roby sag doch mal was machen wir hier ach ist nicht wahr aha da ah ich glaube da muss ich ja runter aber eben mit som vieh ne also mit som ding was hast du denn wohin denn sagst du mir wohin nein du willst mir einfach nur sagen dass ich was falsch mache aber nicht was oder dachte ich mir das ist immer super herrlich sag mir mal ich mache was falsch aber sag mir nicht wie es richtig ist so da hinten waren wir offensichtlich hier komm ich nicht rüber helf mir mal digga schieb mich mal ok ich bin doch dabei gekommen ja was denn wohin denn hier war ich doch schon überall da war doch nichts naja da war ich halt nicht weit davor ne also eigentlich glaube ich maus wirke ah ich kann den motor schleppen und nutzt mir der wird nee tu da nicht ach roby sag mir doch mal was muss ich hier tun da ist auch noch ein gebäude müssen wir da eventuell renn glaube ich eher nicht schwierig schwierig ja hier war ich doch schon überall drin was soll ich denn da machen hier war ich halt noch nicht dran hier war ich halt noch nicht dran ich hab ach was bin ich ein schlaues kärchen nein 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 so funk ja wieder herstellen ei 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 zweiter time ach wie schön strasky we can see the zeppelin now good sorry about the mess without the positioning system the zepps just keep losing their self roots voljet did say that you could have fixed it on your side by reinstating the antenna guess it doesn't matter now Earl, are you coming? no, just me, Goy and Krier here cause the self being a stubborn old man alright see you soon Brandon have you back ja die neue Ausrichtung zur Antenne haben wir ja vorgenommen verbunden haben wir das auch can you hear me? I hear you Terry I mean Mr. Acres Sir I've changed my mind I would like to come to Theda let Delta sleep of course wow honestly didn't expect to hear from you again such a lot of time since you checked in hmm we have a few diaries in a zeppelin surveying Lambda at the moment I'll just make sure they pick you up when they're done thank you for the warning I'll make sure they feel welcome okay see you when you get here ja wirklich nutzen tut mir das ja nix hmm ach da unten komme ich zurück genau okay ja ja okay Link Verbindung hergestellt ist schon mal gut also wir sind demnach würde ich sagen mit Theda ja 0,49 wir sind also mit Theda verbunden da war mal Gedankengang dahinten ja auch richtig dann ist das schon mal nicht schlecht so zeppelin 0,49 inaktiv okay wollen wir gleich mal gucken transport okay dann versuchen wir es jetzt direkt mit ein Achosignal transport active unspecified cargo okay und dann fordern wir einfach mal ein transport an ja ist doch schick hey Robby ist das nicht schön kommst du mit ich ich fahre jetzt gleich Zeppelin kommst du mit Digga geht es nicht noch was lauter wo bist du denn da kommt er ja guck mal hätten wir eigentlich nur die Antenne ausrichten brauchen und Zeppelin unfällig und dafür haben wir ganz viel Krams gemacht was ist das denn was ist denn das für ein Zeppelin was ist denn das für ein Zeppelin aber ein komischer Zeppelin ja finde ich auch du na komm okay sehr schön sehr schön naja das was so einer sein soll ich glaube genau ich glaube es funktioniert nicht wie es funktioniert ja das ist das ist super Ich will doch meinen Robby nicht anhauen. So, was mach ich nicht? Na, super. Das möchte ich nicht. Der hat mir so schön geholfen. Und jetzt soll ich meinem Robby einen hauen? Hat nicht der andere Roboter, der rote Auslandschip drin? Das wäre doch viel besser. Guck mal doch mal. Aber ich krieg, ähm, ich krieg das Ding ja gar nicht da raus. Na, hier will ich nicht. Na toll. Wo ist denn der rote? Lass uns erstmal den roten suchen. Geht nicht. Da holt er das Tool nicht raus. Ah, holt er doch. Ah, komm, komm. Gerne Seite, Robby. Ich krieg ihn vielleicht. Krieg ich nicht. Verdammt, ich muss auch Robby zielen. Schade, jetzt hab ich gedacht. Ich krieg, weil der die Knarre rausholt. Und, ist aber nicht. Tut mir leid, Digga. Aber ich muss. So leid, es mir tut. Jetzt krieg ich aber hier auch kein Zielkreuz. Also, vielleicht, hab ich das eben doch schon richtig gesehen. Na komm, komm mal. Nochmal. Fall um. Warum fällt der nicht einfach um? Fall um. Jawohl. Ha, ich wusste doch, dass ich mal ein klein nix tun muss. Hoffe ich zumindest. Da ist er. Na? Geht doch. Na, Robby. So einfach machen wir das nicht. Von wegen hier, die ich auseinander nehmen müssen. Kommt gar nicht in die Tüte. So, da müssen wir lang. Kann das sein? Ähm, eher nicht. Verdammt. Orientierung weg. Auch nicht, auch nicht. Hier haben wir die Antenne ausgerichtet. Und da ist der Zappel in. Okay. Hobby, komm mit, Digga. Komm. Ist gar nicht so. Ich hab dir ja nix getan. Mit Absicht nicht. Und rin damit. So. Danke, Simon. So geht's dann auch. Aber nicht mein Robby. Der andere hat mich da 100. Ist mir egal. Ich bin ein Roboter. Ich bin sehr schwer, nicht zu denken. Ja. Können Sie vielleicht den Wunsch da drücken, damit wir gehen können? Oh. Ja, sicher. Na ja, also zwischendurch hatte ich ja auch mal so gedacht. Aber aufgrund des Anzuges dann auch wieder nicht mehr. So. Hobby, Digga. Komm, einsteigen und... Habe ich gemacht, Mädel. Achso. Entschuldige. Thanks. Kein Ding. In Täter kriegen wir sowieso Probleme. Offensichtlich. Nachdem, was da eben so gesagt wurde, kriegen wir in Täter auf jeden Fall Probleme. Ich meine, bisher hatten wir ja noch keine, ne? Wo ist Robby? Ich habe dem extra nichts getan. Wo ist mein Robby? Ich mag das nicht, hier jetzt einfach so... durchzufahren. Wir hatten ja eben schon mal so eine Hammerreihe gesehen. Was heißt eben? Was auch erwartet, ist das ja ein bisschen her. Aber der hat ja Gott sei Dank auch nichts getan. Da war ich ja weit genug von weg. Ganz einfach, ja? Die Art könnte in der Mariana trashen, oder? Oder für alles. Das ist großartig. Und dann, wir können uns zu hören, wenn sie sprechen, weil das ist wie die Gespräche funktionieren. Was? Oh. Sorry. Ich... Ich kann nur nicht stopt, über die wir haben. Wir haben. Es ist klar, dass wir nicht mehr Menschen sind. Aber dann, wie kann ich fühlen wie Simon? Wie kann ich fühlen wie irgendwas? Ich meine, technisch, ich habe keine Ehrer, keine Mälte. Christ, das ist eine weirde Sache zu denken. Ich meine, ich mache Sounds. Ich sage immer Dinge. Du bist sicher. Okay. Dein Neuen Körper hat wahrscheinlich senses similar zu den du hast als Mensch. Und dein Geist, nur mit einem Weg zu verstehen, superimposiert diese Skillset auf deiner neuen Funktionen. So, mein Geist ist es, dass es nichts anderes ist. Wenn es nicht, du wahrscheinlich nicht inhaltbar bist mit der Welt überhaupt. Und der Stress würde dich either töten oder machen dich zu gehen. So, ich habe eine gute Balance zwischen Bewusstsein und Ignoranz. Das bedeutet, ich sollte nicht denken über diese Dinge, oder ob meine Gedanken tatsächlich machte ich mich cope? Könnte ich die Balance durch plötzlich zu gewinnen, und gehen zu gehen? Ich würde es nicht überraschen. Ich meine, wir haben reale Dinge zu dealen. Saving Mankind? Remember? Speaking of which, wir closing in auf Theta. Ich werde die Omni-Tool. Wie immer, nicht vergessen, mich mit dir zu nehmen. Kath, bevor du gehen, die Artificial Intelligence die du erwähnt hast, in der Escape Vessel? Ja, die Warden Unit, die WoW. Ist es die WoW's fault dass wir so sind? Ich meine, es scheint, wie ein Unreliable A.I. Ich glaube, es hat die Ball in motion, aber es ist nicht mit dem Ziel. Es ist wirklich kompliziert, wie die Maschinen denken, Simon. Konzentriert auf Theta zu kommen, ok? See you soon. Du bist ne Pfeife. Ganz ehrlich. Wir machen das mal so eben. Ganz einfach. Ja und es ist einfach dieses komische Ding. Und ähm. Es kann ja nichts passieren. Nicht wahr? Ist ja alles ganz toll. Alles ganz einfach. Aber klar doch. Und mein Robby ist auch nicht da. So, was ist denn das hier? Aha. Hören wir mal rein. Straske. Straske. Wake up Dr. Masters. We're bringing an Akers. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The Bible served in a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straske. Get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kuma-Arabi and the others? This is all we got. The guess is still a delta. No. I can't do this on my own. Grab the other side. Straske. Ready or not. We're coming in. Alright. See you soon. Okay. Da werde ich wohl rein müssen, wa? Ich würde jetzt ganz gern echt mal so'n Spiegel haben. Ähm. Also ich würde sagen, in die große Station werden wir rein müssen. Aber. Wir haben jetzt nur noch, ähm. Da ist noch so'n Datapuffer, kann das sein? Nur noch zwei Minuten. Ich würde ganz gern auch mal eben was futtern. Und das heißt, ähm. Wir hören uns den hier noch an und dann mach ich erstmal kurz Feierabend. Und ja, Mama. Das Ding an? Kann ich mich? Go ahead, Strom. Listen up. All members of staff. The ARC project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Okay. Okay. Das, ähm. Merkwürdig. Gott, ist das eine große... Das ist schon wieder Stockwerke ohne Ende. Ähm. Und da hätten wir... Ich bin autorisiert. Ich bin autorisiert. Alles kein Ding. Ja, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, ähm, lasst mal gerne einen Daumen hoch da. Teilzeit von Social Media. Und wir gucken mal, ähm, was doch so einfach hier dran sein soll. Das glaub ich nämlich nicht. Die hat mir wieder irgendein Kram erzählt. Also, bis dahin. Bye, bye.